So, los geht's heute mit GRID und dem nächsten Event und dann jetzt geht's mal los. So, was haben wir denn für Fahrzeuge? Okay, wir haben eh nur eins. So, Lackierung mal wem. So. So, was haben wir denn hier schönes? Aber das, Lackierung. Und jetzt geht's. Willkommen zum heutigen Event aus Shanghai. Kristen, was erwartet uns hier? Ich werde dir heute keine große Hilfe sein, Alex, denn mein Blick ist an das GRID gefesselt. Es ist eine gewaltige Veranstaltung und ich hoffe, es geht gleich los. Ja. So. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. So, die ersten Runde durch. Wir haben jetzt einen Achter. Zweiter Runde. Du hältst gut mit. Scheiße. Vollweg gedreht. Kommt wirklich nicht da vorne, ne? Ach, ich weiß nicht, wie geht's auch so vorbei. Ist mir gerade egal. Hm, geht's zur Runde. Es war. Kleber. Das ist richtig, die Situation. Ah, nervt mich nicht. Ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen... Ich hab jetzt haben, da vorne zu kommen. Und noch an der letzten Kurve vorbei. Yes. So, nächstes Rennen. So, nächstes. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Christen, was denkst du gerade? Okay, gut, nein, ich glaube, es geht mal los. Okay, das hast du schon. Kein Problem. What the fuck? Gut, jetzt ist das ist irgendwie auch. Und du willst das? Okay, das ist immerú. Oh, ist das. gal blogs. Ahem. So, dann geht es gleich um Runde 2. So, dann geht es weiter. So, dann geht es gleich um die letzte Runde. So, dann geht es gleich um Runde 2. So, dann haben wir das Ding auch. So, dann geht es gleich um Runde 2. So, dann geht es gleich um Runde 2. So, dann geht es gleich um Runde 2. So, dann haben wir das durch. So, dann geht es gleich um Runde 2. So, dann geht es gleich um Runde 2.